Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Mann zu Mann. Ihr hört ihn gleich, die anderen sehen ihn schon und er sitzt mir quasi neben mir, eigentlich gegenüber Luca Meissner und ich freue mich, dass Luca mit dabei ist, weil Luca hat einen vollen Terminkalender und er hat gesagt, ich habe ihn angefragt, er hat gesagt, du komm, gar kein Thema für dich, mache ich hier Platz frei. Und ich sage erst mal ganz herzlich, hallo lieber Luca, schön, dass du bei mir im Podcast bist. Grüß dich. Hi Tino, ich freue mich sehr, dass ich hier da sein darf. Ja genau, ich bin Luca Mantegno Meissner und Experte für Branding, würde ich mal sagen. Ja, ich freue mich. Hey Luca, wir haben uns, naja, ist noch gar nicht so lange her, wir haben uns auf einem Event kennengelernt. Du kannst gleich sagen, woher kennen wir uns und wer oder was du bist, aber für die Zuhörer möchte ich jetzt erst mal sagen, dass wir uns ja heute, ja, für den Zuhörer, da möchte ich auch noch wissen, worüber unterhalten wir uns denn heute, weil ich finde, wir haben uns kennengelernt und deine Lebensgeschichte hat mich so fasziniert und du wirst ja ein bisschen heute oder vielleicht auch ein bisschen mehr über deine Lebensgeschichte erzählen und vor allen Dingen, was das Ganze mit deiner Passion, mit deiner Leidenschaft zu tun hat und ja, wie du deine Leidenschaft im Unternehmen sichtbar machst und ja, wenn du dann Unternehmer bist und dafür Feuer und Flamme bist, aber wir haben ja noch ein kleines Klischee, ich hatte dich kurz im Gespräch, so junge Männer, also da machen wir gleich die Schublade auf, so junge Männer, Selbstständigkeit und Geld verdienen, das ist ja sehr, sehr präsent und du bist ja auch sehr jung, aber stell dich doch erst mal vor, wie alt bist du, woher kommst du, was machst du, ja, feel free. Ja genau, ich bin aktuell noch 23, welchen haben wir heute? Wir haben den 14., am 18., da werde ich dann 24. Dann werde ich schon ein bisschen älter und aktuell lebe ich in Düsseldorf, ich bin frisch hierhergezogen, also das ist auch meine erste eigene Wohnung hier und mache eben Branding, beziehungsweise Branding ist so ein weiterer Begriff, erstennig Marketing, Kampagnen erarbeiten, Social Media, Corporate Design und bin so ein bisschen das Mädchen eigentlich für alles. Also wenn man mich fragt, kannst du das, dann sage ich meistens ja. Ja, richtig, genau. Wir haben uns ja, wo haben wir uns kennengelernt? Komm, jetzt erzählen wir uns kennenlernen dürfen. Genau, genau. Hermann Scherer Goldprogramm, weil ich hatte immer die verrückte Idee, als Speaker auf die Bühne zu gehen und da haben wir Tino und ich uns kennengelernt, wo ich auch hier diesen wunderschönen Speaker Award hier bekommen habe und diese Auszeichnung. Genau. Warum hast du die eigentlich nicht da hinten hängen? Ja. Du musst ganz groß da sein. Ja, 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 also genau die Zuhörer, die es hören, gerne nachher auf YouTube nachschauen. Das sieht man ja, das ist gerade gezeigt. Genau, da dürfen wir immer noch dran denken. Genau. Genau. Ja, cool. Und vor allen Dingen, du bist mir aufgefallen. Also in der Masse, wir waren ja 150 Menschen dort vor Ort. Du hast ja wirklich so rausgestochen von deiner Persönlichkeit. Also fand ich so ganz, ja, von mir aus so. Sehr lieb. Ich bin auf dich zugekommen, wir haben uns kurz unterhalten und dann, ja, was machst du beruflich? Das war irgendwie so eine klassische Frage. Und da war irgendwie, du hast ganz konträr für mich ganz, ganz anders geantwortet, gerade mit diesem Thema Branding. Und du hast ja so oft auf der Bühne so eine Bühnenperformance als Erster da hingelegt und das hat mich in den Sitz gehämmert, weil du hast ja unter anderem, war ja auch so die, du hast über Banksy gesprochen. Und was hat das Banksy jetzt mit Passion, Leidenschaft zu tun? Ja, ja, ich muss echt sagen, ich habe mich ja auf diesen Speakerslam vorbereitet und ich habe mir, wo ich dann auf diese Idee gekommen bin, das zu verbinden, ich erkläre gleich, wie das zusammenhängt, und da war ich tatsächlich ein bisschen stolz drauf, weil ich mir dachte, das ist es doch eigentlich, genau das ist es. Ich benutze es auch ganz gerne als Beispiel für Filme, um Branding zu erklären. Weil letztendlich, in meiner Ansicht nach, ist jeder Unternehmer ein Künstler. Und genauso ist es nämlich auch bei Banksy. Banksy ist auch ein Künstler, der mit seinen, falls man nicht Banksy kennen sollte, mit seinen Graffitis immer eine Message nach außen trägt. Und das macht jeder Unternehmer eigentlich auch. Wir alle haben eigentlich als Unternehmer mit irgendeiner Idee mal angefangen, sagen, hey, ich habe die Mission, ich habe die Idee, ich gehe jetzt nach draußen, um das unter die Leute zu bringen. Und damit hat man den Message, damit hat man auch eine Positionierung, so nennt man das auch. Und als Künstler positioniert man sich ja auch mit seinen Kunstwerken in einer gewissen Hinsicht. Manche haben mehr Message, manche haben weniger Message. Viele kennen ja auch diese Bilder, wo sie sich angucken und sagen, boah, wieso ist dieses Bild so viel wert? Ich meine, das hätte ja mein Kind im Kindergarten machen können. Aber meistens steckt mehr hinter diesen Bildern, als man so denkt. Es gibt zum Beispiel ein Bild, was ich noch kenne, das ist eine Fotografie von einer Frau. Kein gutes Foto, wirklich kein gutes Foto. Selber geschossen, schwarz-weiß. Das Bild ist Millionen wert, weil es eine der ersten Fotografen waren, die sich als Frau vor der Kamera gezeigt hat. Und genau wegen dieser Message dahinter ist dieses Bild, und wie er den Namen logischerweise, ist dieses Bild, diese Fotografie so viel wert. Krass. Wahnsinn. Jetzt muss ich noch mal drauf eingehen. Du hast dich vorbereitet gehabt. Irgendwie habe ich das Gefühl, ihr habt euch alle vorbereitet, und ich war der Einzige, der nicht vorbereitet war. Ich bin wirklich eine Sekunde vor Auftritt auf der Bühne, Fuß rauf, und es lief. Ich habe da performt, abgeliefert. Ich weiß das heute nicht wie, aber ich weiß noch, genau, weil du sagtest, ihr wart alle vorbereitet. Aber okay, das noch mal. Und ich finde das so spannend. Wir haben uns da getroffen, wir haben uns unterhalten, und ich habe nach deiner Lebensgeschichte gefragt. Und irgendwie, als du mir die erzählt hast, ich hatte ein Kloß im Hals, ich habe geschluckt, dachte, okay, dachte ich so, ich habe dann so, naja, ich bin ja 45 fast so, und ich dachte, der junge Mann, na gut, der hat ja eine Lebensgeschichte, und ich habe erst mal so, dafür steht der ganz schön stabil vor mir, dachte ich so, oh la la, hätte ich das selbst erlebt, ich weiß, ja nicht, habe ich mir so gesagt, im Kopf, Luca, erzähl doch einfach mal, was hast du erlebt in deinem Leben? Weil die, finde ich, das habe ich damals schon, als du mir das erzählt hast, total beeindruckend gefunden, bis heute noch. Ja, kann ich gerne erzählen. Ich fange mal von ganz hinten an. Ah, Letztendlich, tatsächlich ist auch so, das, was mir so ein bisschen, was ich erlebt habe, weil was mir so passiert ist, weil so viele auch sagen, wie du, boah, das ist ja eigentlich schon ein bisschen heftig, das hat mich dahin gebracht, wo ich bin, und in dem Buch Ante Robbins gibt es so eine schöne Geschichte, man hat eine Studie gemacht, zwischen zwei Männern, zwei Brüdern, und der eine war extremst pleite, total broke, hatte kein Geld, und furchtbar frustriert, und die Eltern waren genauso frustriert, und genauso pleite, drogenabhängig, wie die andere Person, und man hat die interviewt, und man hat gesagt, warum sind sie genauso wie ihre Eltern geworden, warum sind sie so arm, und die Antwort war, wie soll ich denn erfolgreich sein, oder wie konnte ich denn so anders sein, bei den Eltern, und dann hat man aber den anderen Bruder mal gefragt, der ist Millionär gewesen, sehr erfolgreich, den hat man dieselbe Frage gestellt, und der hat tatsächlich genau dasselbe geantwortet, wie soll es denn anders sein, bei den Eltern, und das ist immer so das Ding, es ist immer so eine Frage der Perspektive, und bei mir ging es früh los, mit Mobbing, vor allem im Kindergarten, hat es schon angefangen, ich kann mich tatsächlich an manche Dinge nur teilweise erinnern, ich weiß auch vieles noch von der Erzählung von meiner Mutter, so Dinge zum Beispiel, warum ich immer nur alleine spiele, wo ich dann als Dreijähriger Fratz geantwortet, ja, weil ich dann so spielen kann, wie ich will, und nicht von anderen Kindern dann irgendwie mich nach denen richten muss, weil einfach so Szenarien, wo ich wirklich Sand fressen musste, und so weiter, also es war teilweise wirklich, wirklich schlimm, aber ich kann mich nur teilweise daran erinnern, und mit neun Jahren kam ich dann ins Krankenhaus, ich hatte viereinhalb Jahre Blinddarmentzündung, und die Ärzte haben nie gewusst, was ich da wirklich hatte, und bin in dieses Krankenhaus gekommen, und die Leute haben gesagt, er hat Schmerzen, also erstmal war das Thema, ich würde spielen, weil ich nicht in die Schule will, weil ich ja gemobbt werde, das war das große, große Thema immer, irgendwann war auch meine Mutter Helikoptermutter, also das war auch krass eigentlich, und da hat man mich einfach mal auf Verdacht aufgeschnitten, da hat man eben herausgefunden, okay, der hat den Blinddarm, während der Operation ist der Blinddarm geplatzt, es sind anscheinend auch ein paar Partikel irgendwie in den Körper gekommen, und ich musste dann für eine Woche im Krankenhaus bleiben, war 24-7 an das Brötchen angesteckt, und das Ding hat gebrannt ohne Ende, aber man hat mir nicht geglaubt, ich habe dann drei Jahre später oder so, hatten wir mal mit einer Ärztin geredet, die meinte, das sollte eigentlich nicht brennen im Körper, aber bei mir war das ganz komisch, ich habe das auch richtig, das Antibiotika im Mund geschmeckt, und die Schmerzen empfunden, und irgendwann konnte ich da endlich raus, und ich habe mir tatsächlich den Namen meines Hundes tätowiert, als ich aus dem Krankenhaus rauskam, ich durfte, ich glaube, zwei Tage sogar früher gehen, weil wir den Hund ausgesucht haben, den ich damals bekommen hätte sollen, und der Arzt hat meinen Namen angeguckt, und hat gesagt, boah, die sind eigentlich noch ein bisschen rot, die sind eigentlich noch entzündet, eigentlich müsste ich noch mal da bleiben, und er hat gesagt, komm, ausnahmsweise, du darfst raus, aber komm zur Nachuntersuchung wieder zurück, by the way, ich bin zur Nachuntersuchung nicht wieder zurückgekommen, meine Mutter hat gesagt, komm, wir müssen wieder ins Krankenhaus, wir müssen das jetzt noch mal checken, aber ich habe gesagt, ich gehe da nicht mehr hin, weil ich dort auch Dinge gesehen habe, wo ich mir denke, wie kann man ein Kind auf so eine Station schicken, wo solche schlimmen Dinge zu Gesicht bekommt, von jemand wurden die Reifen durchgeschnitten, die Bremsen durchgeschnitten beim Fahrrad, ist dann über den Lenker gefallen, und die Straße runter, der hatte auf der einen Seite kein Gesicht mehr, also das war richtig, richtig schlimm auch anzusehen, mit neun Jahren, und auf jeden Fall bin ich aus dem Krankenhaus dann rausgegangen, und es war Frühling, und die Sonne schien, es war blauer Himmel, und diese frische Luft, ich habe ja die ganze Zeit nur weiße Wände gesehen, und immer nur schlimme Dinge, und das war so ein krasser Moment, mit meinen neun Jahren, wo ich dann zu meiner Mutter gesagt habe, mit 18 lasse ich mir den Namen meines Hundes situieren, meine Mutter hat sich wahrscheinlich gedacht, ach du Scheiße, aber das habe ich dann tatsächlich dann auch gemacht, und das war irgendwie so ein einschlagender Moment in meinem Leben, wo ich gesagt habe, hey, auch wenn man durch schlimme Zeiten geht, am Ende gehen die Dinge auch wieder gut aus, und am Ende tut man die Dinge, die man durchgemacht hat, auch irgendwo wertschätzen, beziehungsweise das Ergebnis daraus hinaus, irgendein bisschen mehr wertschätzen, weil so schön hatte ich die Natur noch nie, nie gesehen, und ist auch eine Erinnerung, die hier drin abgespeichert ist für immer, an die ich gern zurückdenke, auch wenn es letztendlich daraus resultiert ist, dass ich davor schlimme Dinge erlebt habe, und mit Mobbing ging es dann irgendwie ein bisschen weiter, über die Schule, bis ich auch Schule wechsle und so weiter, und ich wusste lange, lange nicht, was ich mit meinem Leben eigentlich anfangen sollte, also ich bin, irgendwann habe ich dann mal einen Abschluss gemacht, und dachte, irgendwas Kreatives würde ich machen, und meine Eltern sind selbstständig, denen gehören tatsächlich den Snackbär, den kennt man vielleicht, und da haben wir gedacht, so Selbstständigkeit ist eigentlich schon cool, weil ich es immer ein bisschen mitbekommen habe, und so mein eigener Chefsein, ich habe Lehrer nie gemocht, weil ich habe auch das Schulsystem nie verstanden, warum ich etwas lernen muss, worauf ich keinen Bock habe, weil zum Beispiel Physik hatte ich eine Eins, eine Bomben Eins, je nachdem, welchen Lehre ich hatte, waren auch in Mathe meine Noten besser, und habe mich auf jeden Fall nach der Schule gefragt, was will ich machen, und dann war die erste Idee, Kameramann zu werden, und so kam ich dann auf die HTL Salzburg, und habe dann dort dreieinhalb Jahre Multimedia gelernt, und das war mit Abstand, eigentlich, das war eine sehr, sehr geile Zeit, weil ich war dreieinhalb Jahre älter als alle anderen, damals ging ich dann mit 16 endlich ins Fitnessstudio, war sehr dünn, und habe da schon gesagt, ich muss was in meinem Leben ändern, ich will nicht mehr gemobbt werden, deswegen will ich jetzt stark werden, und Muskeln aufbauen, und wenn du dreieinhalb Jahre älter bist als anderen, ein bisschen breiter bist als anderen, dann ist Mobbing nicht mehr so ein Thema, und die Leute schauen auf dich ein bisschen nach oben, und habe dann dort Multimedia gelernt, habe gemerkt, Kameramann ist nicht so mein Job, weil Kameramann ist echt ein Knochenjob, vor allem du bist das Mädchen für alles, und hast eine krasse, krasse Verantwortung, aber so habe ich irgendwie mein Thema gefunden, im Design, in Sachen entwickeln, generell im Multimedia-Geschäft, und durch mein erstes Praktikum, was ich dort gemacht hatte, kam ich dann zur Selbstständigkeit, das war eine Autofolierfirma, die so Designs machen für Autos, und er hat mich gefragt, jo, wir brauchen ein 3D-Modell, weil wir haben so eine Designshow, kannst du so ein Auto 3D modellieren, und dann verschiedene Designs draufpacken, und da habe ich gesagt, ja, kann ich, konnte ich es? Nein, ich habe keine Ahnung gehabt, wie man sowas macht, ich habe das aber in der Schule dann gelernt, habe auch ein paar Lehrer gefragt, wie das funktioniert, halt sehr viel auf YouTube mir selber beigebracht dann, und das Ding dann abgegeben, und da hat er mich angerufen, jo, Luca, geil, wie viel willst du denn dafür haben? Da habe ich gesagt, keine Ahnung, ich habe ja noch nie eine Rechnung gestellt, auch kein Gewerbe oder sowas gehabt, und da habe ich gesagt, überweis mir so viel Geld, wie es dir wert ist, wenn es 0 Euro sind, sind es 0 Euro, wenn es keine Ahnung was ist, dann ist es das. Da habe ich 1500 Euro verdient. Wow. Und dann hat es bei mir Klick gemacht, da habe ich gesagt, damit kann man Geld verdienen, weil das war ja nicht viel Arbeit so, und das hat mir ultra Spaß gemacht. Und dann bin ich zum Amt gefahren, habe mein Gewerbe angemeldet, mit 19, und seitdem bin ich tatsächlich selbstständig, und dann kamen immer wieder kleinere Projekte, hätte über die Corona-Zeit, jetzt kurz zusammengefasst, hätte ich dreimal Gesellschafter werden sollen, und da kam immer das Thema, ich habe dann bis dato immer nur Marketing gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist so nicht meine Passion. Bei den ganzen Gesellschaftern ging es einmal immer ums Geld, es ging erst um die grobe Idee, das ging vor allem im Thema Hygienebranche, war ein großes Thema, und habe ja gemerkt, okay, ich mache hier Marketing, ich habe eigentlich folgende Ideen, die werden nicht umgesetzt, weil aus irgendwelchen Gründen nicht, und eigentlich will ich leidenschaftlichen Unternehmern helfen, und die Dinge, die ich mache, und die Brands, die ich aufbaue, und den Unternehmen, denen ich helfe, ich will da wirklich mithelfen, ich will da wirklich was aufbauen, und so kam ich dann irgendwann zum Thema Branding. Und weg vom Marketing, Branding ist eigentlich irgendwo Marketing, es ist ein kleiner Bestandteil. Ich sage dir immer, Marketing ist, wenn du einen Funnel zum Beispiel aufbaust, zum Beispiel, du schickst eine E-Mail raus, eine Verkaufs-E-Mail, und je nachdem, was du da drin kommunizierst, das ist dann das Branding. Weil du kannst Marketing sagen, und sagen, hey, ich habe folgenden Schmerzpunkt, du willst zum Beispiel in fünf Tagen ein Millionär werden. Ich zeige dir wie. Kennen bestimmte irgendwelche Leute diese Anzeigen, wo immer dieser Schmerzpunkt angeteasert wird, mit Nutzen XY. Und das ist zum Beispiel pures Marketing, wo ich das Kotzen kriege. Und ich gucke, wie können wir dir eine E-Mail aufbauen, die mit deiner Brand, mit deinen Werten, mit dem, was du nach draußen tragen willst, eins geht. Zum Beispiel, in der E-Mail steht, hey, hier ist ein kostenloser Podcast, wo ich dir eins zu eins sage, wie du deine Marke sichtbar machst, oder wie du auf Instagram transparent deine Werte kommunizierst, oder wie du eben dadurch dann mehr Umsatz machst. Und du gibst mehr zum Beispiel, als dass du eben Leute mit einem Schmerzpunkt anziehst. Weil das sollen ja letztendlich auch deine Kunden werden. Und wenn du nur Kunden hast, die du angezogen hast mit einem gewissen Schmerzpunkt, ich bezweifle, dass diese Kunden dann die Dinge, die du sagst, dass sie tun sollen, dann auch wirklich umsetzen. Weil das sind ja meistens dann genau die Menschen, die solche Zweifel an sich selber haben, oder in so einem tiefen Loch sind, dass sie gar nicht die Möglichkeit haben, deine Dinge umzusetzen. Weil eigentlich wäre das Richtige, sie suchen sich jemanden, der ihnen da erstmal hilft, sie erstmal aufbaut, damit sie dann die Stärke haben, als Unternehmer rauszugehen mit ihrer Message. Aber wenn du selber noch so klein bist, dann, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Und deswegen ist das Thema Branding so ein faszinierend und wichtiges Thema. Auch das Thema Design geht Hand in Hand damit, weil die Zielgruppe, die man letztendlich anzieht, repräsentiert ja letztendlich auch deine Marke. Siehe Apple zum Beispiel. Apple ist ein gutes Beispiel dafür. Absolut. Und jetzt also für die Zuhörer. Jetzt lasse ich die auch mal zu Wort. Nein, nein, nein. Ich finde das total geil, Luca. Weil jetzt der Zuhörer schon wirklich, das ist kein Schnack. Deine Leidenschaft und deine Passion allein, wie du gerade geredet hast, total fühlt und spürt. Wenn ich mir hundertprozentig, schreib das gerne in den Kommentaren, lieber Zuhörer. Und genau so. Und Luca, du hast es gerade in Déjà-vu geschafft. Wir sind beide jetzt gerade zu der Veranstaltung zurückgebeamt worden. In einer Zeitmaschine. So stand ich vor dir. Du erzählst von deiner Lebensgeschichte so, ja, dass es mir so und so und so passiert. Und dann so diese Leidenschaft. Und da dachte ich mir immer die ganze Zeit, Junge, was? Was und wie hast du erlebt? Aber Vergangenheit ist bei dir halt abgeschlossen. Bei dir ist Vergangenheit. Und man spürt wirklich raus, was deine Leidenschaft ist. Wie du, ja, irgendwie bist du da hingekommen. Aber lass uns da wirklich da noch mal kurz ein bisschen tiefer eingehen. Genau. Also, Wahnsinn, was du jetzt, wie du es auch erzählt hast. Dennoch gab es, also wie bist du da überhaupt hingekommen? Ich meine, du hast, ja, du hast gesagt, Mobbing erlebt. So. Jetzt kann man sagen, na ja, gut, ich bin ja total das Opfer. Aber du hast so eine Lebensenergie und so eine Lebensleidenschaft, irgendwie das Leben zu leben. Aber hast du, also weißt du, wie du das geschafft hast? Wie machst du es, dass du so eine Leidenschaft hast? Und waren das Bücher? Waren das Gespräche? War das ein Mentor? War das deine Mama? War das dein Hund? Und was war das? Keine Ahnung. Oder die Wolken, die Bäume, die Natur. Weil wenn man dir zuhört, machst du so den Bogen. Ja, aber das ist total cool. Ich glaube, die Zuhörer feiern dich auch gerade wirklich dafür. Aber trotzdem, weißt du noch irgendwie, wie du trotzdem das erlangt hast? Es waren mehrere Bausteine. Der erste Baustein, der mir wirklich krass geholfen hat, war tatsächlich das Training. Also ich habe mit, ich glaube, 16 und sowas, habe ich mit 1,75 damals noch, habe ich 52 Kilo gewogen. Ich hatte 3% Körperfett. Ich habe ganz am Anfang eine Messung gemacht. Wobei, nee, da habe ich sogar ein Jahr lang schon trainiert gehabt. Und war halt super dünn. Und deswegen war das auch das Thema Mobbing auch immer ein Thema. Wenn man sich Mobbing ein bisschen besser vorstellt, es war einfach Thema, einfach ausgeschlossen zu werden, sich lustig gemacht zu werden. Mir wurde mein Finger gebrochen. Wie siehst du vielleicht so, dass es ein bisschen krumm ist? All solche Themen, dass es so schlimm war, dass ich auch die Schule gewechselt habe. Und als ich die Schule gewechselt habe, habe ich gesagt, ich will, ich weiß nicht, woher diese Energie kam, aber ich habe gesagt, ich will dort meinen Neustart wagen. Und habe dann mit 13 gesagt, mit 13 habe ich die Schule gewechselt. Wenn ich in diese Schule komme, dann bin ich selbstbewusst, dann gehe ich meinen Weg. Mich interessiert kein anderer. Was natürlich erst mal sehr eueristisch in diesem Moment war. Und ich gehe meinen Weg. Und der, der mir folgen will, der soll mir folgen. Und wer nicht, der nicht. Das habe ich mir tatsächlich auf Nacht sehr oft eingeredet. Und dann gesagt, ich verändere mich jetzt. Und mit 16 habe ich dann angefangen, im Fitnessstudio Gewichte zu heben. Und das war fürchterlich. Ich kann mich daran erinnern, dass ich Bankdrücken mit der 5-Kilo-Hantel gemacht habe. Und dann saß da so ein Lauch und hat das gerade so nach oben geflückt. Also es war extremst peinlich. Ähnlich war bei mir genauso. Ja, ja, ja. Und was mir, glaube ich, in meinem ganzen Leben immer gefehlt hat, war einfach so ein Erfolgserlebnis. Beziehungsweise eine Anerkennung. Und die meisten Menschen haben mich ja gekannt als sehr dünner Mensch. Und sehr schüchterner Mensch. Und durch das Fitnessstudio habe ich einfach Erfolge gehabt, die du ja irgendwann hast. Also ich habe auch, ich habe ganz viel, ganz viel Mist gemacht. Ich habe jeden Tag zwei Kilo Nudeln gegessen. Ah, okay. Ich bin dünn. Ich wusste nicht, was Proteine sind. Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich dachte, ich musste nur viel essen, um Muskeln aufzubauen. Aber was ist scheißegal. Und habe einfach gegessen. Habe dann ein bisschen fettendlich gehabt. Ich glaube, ich habe auch eine, ich habe es nicht bestätigt vom Arzt, aber ich habe wahrscheinlich eine Schilddrüsenüberfunktion. Deswegen, ich bin auch die ganze Zeit 24-7 hungrig. Und kann auch nicht lange sitzen. Nein und wert. Nein, nein. Nein, nein, alles gut. Und ich habe halt so die ersten Erfolge erst mal im Spiegel gesehen. Das war schon mal das Erste. Und irgendwann kamen Leute zu mir und haben gesagt, boah, Mensch, was hast du denn gemacht? Und haben halt gesehen, dass ich einfach Muskeln aufgebaut habe. Von dem richtig dünnen Lauch hin bis zu wirklich in dem kleinen Bizeps, den ich zeigen konnte. Und das hat so mein Selbstbewusstsein extremst gepusht. Ich war vor Corona noch extremst breit. Habe ich noch 95 Kilo sogar auf die Waage gebracht. Jetzt bin ich wieder auf 80 runter. Aber Fitnessstudio ist so ein Ding, das ziehe ich immer noch 24-7 durch. Ist so eine richtige Passion von mir. Wenn ich nicht in die Branding-Richtung gerutscht wäre, wäre ich auch Fitnesscoach geworden. Ah, okay. Und das ist, glaube ich, auch so das entscheidende Ding. Es geht mir nicht unbedingt beim Branding. Ich mag die Kunst und die Kommunikation. Das ist so ein Ding, was mich fasziniert. Aber es hätte auch Fitnesscoach werden können als Berufswahl. Weil es mir einfach darum geht, mir macht es Spaß, mein Können, mein Wissen an andere weiterzugeben. Das ist einfach so, was mir ultra Spaß macht. Deswegen habe ich auch gesagt, ich will als Speaker auf die Bühne gehen. Weil mich reizt es einfach, Leute mit meiner Passion einfach anzustecken. Und das war so der erste Punkt. Ja, ich habe ja genau, der Sport. Und ich habe ja auch zu dir so ganz rotzig gesagt, so, ja, Langseth Arena in Köln, so mit 50.000 Christus voll. Ja, das hat er gesagt. Genau. Wirklich die Passion. Du sagst, der Sport war so ein Schlüssel. Und, also ich mag jetzt nicht zum Thema Gewalt oder Mobbing aufrufen. Da sollten wir uns, glaube ich, alle auch einig sein, dass es kein Ding ist. Aber, was ich damit ausdrücken möchte, ist, vielleicht war es ja auch genau dieser Antrieb, dass du gesehen hast, okay, ich schaue mal bei mir, was könnte das mit mir zu tun gehabt haben. Aber diese vielleicht Aggression oder diese Wut als Energie zu nehmen und zu sagen, so, jetzt zeige ich es euch. Jetzt zeige ich es euch. Jetzt gehe ich meinen Weg. Ohne zu sagen, dass wir jetzt einen Aufruf machen, ey, wir laufen jetzt alle los, damit wir die anderen in diese Energie bringen. Das meine ich nicht. Aber vielleicht war es ja auch so ein bisschen. Diese Energie, die du dann gehabt hast und gesagt hast, okay, die nehme ich jetzt für meinen Lebensweg. Es war vor allem, also der Antrieb, ins Fitnessstudio zu gehen, war eigentlich wirklich der Antrieb. Schwer genug sein, dass ich einfach nicht weggeschubst werden kann. Das war so tatsächlich wirklich der erste Gedanke. Wie kann ich das Problem lösen, dass Leute mich rumschubsen? Ich muss mir Masse aufbauen. Wie kann ich schon der Masse aufbauen, ohne dass es so ungesund ist? Ich gehe ins Fitnessstudio. Ich baue Muskeln auf. Weil meine Mutter hat immer gesagt, Muskeln sind schwerer als Fett. Das habe ich mir gemerkt. Also im Sinne schon so, dass der andere auch aussteigen kann aus der Nummer. Dass er aufhört zu sagen, zu mobben, dass du sagst, ich gucke mal bei mir. Einen gewissen Respekt einfach auch. Einen gewissen Respekt, genau. Es war auch immer eine große Angst vor mir, dass ich klein bin. Also ich bin tatsächlich jetzt mittlerweile 1,80. Aber ich bin damit der größte, also Blutsverwandt, der größte in meiner ganzen Familie. Weil mein Vater ist 1,68. Meine Mutter ist 1,68. Und das war eine große, große Angst, dass ich einfach sehr klein bin und wollte das wenigstens dann mit Muskeln oder Gewicht kaschieren. Zum Glück war das jetzt nicht ganz so mein Problem dann. Aber das war so der erste Impuls, wo ich gesehen habe, ey, ich kann was ändern. Wenn ich was verändere, wenn ich mich positiv weiterentwickele, dann spüre ich das für mich. Und andere sehen es auch. Und ich kriege Respekt. Das war so der erste Ankerpunkt. Und der zweite Ankerpunkt war tatsächlich Antiromans. Ich habe mir das Buch Grenzenlose Power gekauft, das einmal durchgelesen, habe es nochmal durchgelesen und das dritte Mal habe ich es studiert. Also ich saß wirklich da, habe mir angemerkt, was da steht, habe die Übungen durchgemacht, habe mir Notizen gemacht. Ich habe das ganze Ding wirklich studiert, habe mir dann auch den zweiten Band gekauft und versuche, die Sachen so best wie möglich anzuwenden. Und das hat tatsächlich, glaube ich, am meisten mein Leben verändert. Also jeder, der nicht Entry Robbins kennt oder die Bücher nicht gelesen hat, beziehungsweise die Bücher sollte man nicht lesen, die sollte man wirklich studieren. Das ist ein Übungsbuch und kein Lesebuch. Das hat das Potenzial, Leben zu verändern, meiner Meinung nach. Vor allem das große Thema, dass du dich selber modellierst. Weil ich war selber als Charakter extrem schüchtern. Früher hätte ich jetzt nicht mit dir hier einen Podcast machen können. Und ich habe immer noch die innere Stimme, habe ich letztens mit dem Coaching drüber geredet, ich habe immer noch die innere Stimme, die mir sagt, yo, was machst du hier? Bist du nicht nervös? Oder solltest du nicht nervös sein zumindest? Und jeden Tag stelle ich mich gegen diesen Motherfucker da drin und sage, yo, ich bin am Steuer und nicht du. Und das war so mit einer der größten Erkenntnisse überhaupt, dass du dein Leben in der Hand hast und dass wir sehr, sehr emotional gesteuert sind. Und so kam ich auch natürlich ins Marketing erst mal. Wer im Marketing ist, der manipuliert. Und du kannst dich einmal selber manipulieren, im Positiven, aber du kannst natürlich, wenn du weißt, wie du dich selber manipulierst, kannst du auch andere manipulieren. Und im Marketing habe ich eben dann gemerkt, um den Bogen wieder zu Branding zu kriegen, wie widerlich die meisten Marketer Menschen manipulieren mit eben den Schmerzpunkten. Ich bin kein Fan von Marketing, Texte zu schreiben oder generell Texte, NLP-Texte zu schreiben, die immer auf diese Schmerzpunkten gehen. Weil das pure Manipulation ist im negativen Sinne. Und ich würde auch sagen, durch Anthony Robbins die Bücher bin ich auch stark in diese Branding-Richtung gegeben, weil ich verstanden habe, wie funktioniert unser Kopf, wie funktioniert unsere Psyche, wie funktioniert die Kommunikation, was macht das aus? Und Filme sind meiner Meinung nach auch so das beste Zeichen, wie geil und wie gut Kommunikation funktioniert. Ich meine, du guckst ein Bild an, du schaust ein Bild an und du kannst trotzdem, nur weil du ein paar Bilder siehst und ein paar Musik hörst und so weiter und die Stimmen hörst, kannst du heulen. Du kannst heulen, du kannst dich freuen, du kannst Angst haben. Ich habe letztens einen Horrorfilm angeguckt, den Horrorfilm Smile. Ach du Scheiße. Ich saß in diesem Kino und habe mir gedacht, fuck, ich will hier raus. Dabei ist es nur ein Scheißfilm. Es ist nur ein Scheißfilm und trotzdem hast du Lebensangst. Wie können diese Emotionen erschaffen werden? Und das finde ich so faszinierend. Ich liebe Filme und ich finde es so beeindruckend. Also wenn man Marketing lernen will, meiner Meinung nach, dann sollte man Filme studieren und gucken, wie diese Filme letztendlich emotional einen beeinflussen. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann weißt du, wie Marketing funktioniert. Ja, Wahnsinn. Weil da kommt ja, so wie du das erzählt hast, allein jetzt schon so, das ist ja schon total bunt. So dieses Ganze von diesem Grauen wegzugehen und zu sagen, hey, da ist noch so viel, viel mehr möglich. Und irgendwie, gerade in diesem Branding, wie du es ja auch erlebt hast und auch an der Uni und mit den Leuten, die du da gefragt hast, wo du gesagt hast, da kommt ja immer irgendwas Buntes vor. Es gibt immer eine andere Möglichkeit, eine andere Chance und du sagst ja, du guckst ja als Allererstes erstmal bei dir hin und sagst, ja, wie kann ich es denn überhaupt machen und wo beginnt das Ganze bei mir auch irgendwie. Also Sport hat dir geholfen, eben halt ein anderer Mensch hat dir dabei geholfen. Ich glaube, in der Coaching- und Persönlichkeitsbranche nennt man das auch Mentor, glaube ich. Und das hat dir geholfen. und ja, also Bücher, haben dir auch Gespräche irgendwie, noch andere Gespräche aus dem Umfeld irgendwie noch was mitgeben können? Ich bin ehrlich, Gespräche meistens nicht, weil entweder war es für mich nicht greifbar oder viele Gespräche waren einfach nicht so positiv, dass ich sag so, die motivieren mich jetzt, weißt du, dass ich solche Menschen jetzt erst um mich herum habe, ist eigentlich jetzt erst seit kurzem, aber ich bin auch der Meinung, das ist ein bisschen meine Schuld und zwar indirekt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir gehe und sehr schüchtern bin und sage, jo, ich mache Branding und ich versuche, Unternehmer groß zu machen und dass die erfolgreich sind, dann würdest du definitiv sagen, boah, tolle Sache, ja Mensch, ich glaube an dich und richtig cool, die kommen in meinen Podcast. Das würde wahrscheinlich nicht passieren, weil ich ja selber nicht an mich glaube und wenn ich nicht an mich glaube, wie soll es denn du an mich glauben? Ja, stimmt. Und deswegen bin ich der Meinung und habe auch eher so die Erfahrung gemacht, umso mehr du an dich selber glaubst und umso mehr ich dann mit meinem Glauben und meinem Wissen, dass das, was ich mache, das Richtige ist und dass das Geile ist, was ich mache, umso mehr kann ich auch die Menschen selber davon überzeugen und mitreißen und auch positives Feedback bekommen und damals war es letztendlich so, das Feedback, was ich bekommen habe, war immer, wenn es positiv war, dann war es so, geile Sache, aber. Und ja, deswegen waren Menschen eher nicht so die großen Motivatoren in meinem Leben. Da habe ich mich tatsächlich, das wäre so eher der dritte Punkt, dass ich mich selber gepusht habe. Ich habe mir, und das mache ich teilweise immer noch, ich setze mir manchmal einfach so Challenges. Zum Beispiel eine Challenge momentan ist, ich habe mir ganz viel Leber gekauft fürs Fitnessstudio von einem guten Biobauer, keine Sorge und esse hauptsächlich Monsan einfach, also kein Fleisch, sondern nur Leber. Und guck, wie das mit meinem, was das mit meinem Körper macht, es ist eine Überwindung, jeden Tag Leber zu essen, logischerweise, weil man kann es geil machen, aber wenn man im Stress ist, so wie ich, dann eher schwierig. Aber auch so Challenges, fünfmal die Woche Sport gehen, dann Sachen, was ich auch jedem Morgen mache, was ich jedem empfehlen kann, jeden Tag duschen, seitdem bin ich zum Beispiel nicht mehr krank. Also nicht jeden Tag duschen, sondern jeden Tag kalt duschen. Oder, dass ich jeden Tag irgendwie meditiere oder dreimal die Woche eine Stunde meditieren und dass ich mir jeden Monat immer wieder so kleine Challenges stelle, an denen ich selber wachse und so den Herausforderungen habe, weil ich denke, dass die meisten Menschen im Alltag irgendwie in so einem Alltagstrott sind und dass wir uns selber viel öfters Challenges stellen sollten, damit wir selber an uns wachsen können und vor allem, wenn wir diese Challenge dann bewältigen, auch wenn sie gerade momentan hart ist, aber wenn wir das haben, da haben wir das geilste Erfolgserlebnis und dann sind wir stolz auf uns und das Leben ist einfach irgendwie lebenswerter. Also ich bin süchtig nach irgendwelchen Herausforderungen. Wenn jetzt letztens, wir haben einen Tracking-Code gebraucht für einen QR-Code und selbst der Geschäftsführer wusste nicht, wie wir das machen, weil wir dafür ein bestimmtes Programm benutzen. Ich habe auch keine Ahnung gehabt. Er hat mich angerufen und hat gesagt, yo Luca, ich bin hier gerade unterwegs, ich habe keine Zeit, mich jetzt da reinzugucken. Wir kriegen das irgendwie nicht hin. Das ist die größte Motivation, die man mir geben kann. Irgendwelche Probleme, die vermeintlich unlösbar sind. Da springe ich richtig auf. Da sage ich, ja, ich kann das. Weil das für mich so dieser krasseste Dopamin-Shot ist, den man mir eigentlich so geben kann. Irgendwelche Challenges, Herausforderungen, die vermeintlich nicht machbar sind. Und ich glaube, das kommt auch vom Fitnessstudio eben. Weil du die Challenge hast, 100 Kilo Bank drücken, das kann ich nicht, das werde ich nie schaffen. Mittlerweile ist das kein Problem. Aber wenn du das zurückerdenkst, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, so 120 Kilo, boah, das ist schon eine Summe. Und irgendwann werde ich es schaffen und dann genau wieder diesen Dopamin-Ausschuss haben. Und deswegen bin ich ultra Fan von Challenges und das ist, glaube ich, so die beste Methode, die man einbauen kann in seinem Leben, um das Leben Lebenswert zu haben. Vorstellungskraft. Ich glaube, das ist die Vorstellungskraft. Ich kenne das aus dem Bereich Depression, Burnout, Angst, Panik Bereich. Da gibt es den Klaus Bernhardt, den ich auch vor kurzem schon im Interview hatte, der hatte so eine Fünf-Kanal-Technik, also sich über Wahrnehmung die Fünf-Kanäle, die schmecken, riechen und so weiter und so sehen, genau das immer vorzustellen. Und dadurch trainierst du quasi in dir etwas. Und so klingt das bei dir auch, finde ich, du stellst dir viel das vor, wie wird das Ergebnis schon aussehen? Also quasi, du sagst dir schon, das ist schon eingetreten. Also du stemmst schon die 120, obwohl du gerade noch bei 100 bist. So finde ich das ganz, ganz cool. ich bin auch, also kennst du Manifestieren? Ja, kenn ich. Ja, aber erklär es gerne. Du kennst dich jeder. Also, ich habe ein Buch gelesen von Dirk Lambert, vielleicht kennt den jemand, die Erfolgsformel. Und da gab es die Übung und da wurde eben erklärt, was Manifestieren ist und wie das funktioniert. Letztendlich war dann die Übung so, dass man einmal in sich geht, sich etwas vorstellt, visuell und diesen Gedanken ins Universum hinaus sendet. Und ja, und das stellt man sich halt so vor, dass das eben eingetreten ist und auch ohne, dass du dir denkst, so das muss jetzt passieren, sondern du gibst es einfach ab. Und da habe ich mir da als Übung gesagt, so ja, das ist doch Blödsinn, das kann nicht funktionieren. Habe ich mir vorgestellt, dass eine alte Freundin mich aus Afrika anruft. Also, die ist mit mir in die Schule gegangen, die sind sehr gute Freunde, immer noch tatsächlich, seitdem tatsächlich so stark wie noch nie. Und tatsächlich, und die ist nie, keine Person, die ruft einen nicht an. Die ist keine Person, die jetzt sagt, jo, wie geht es dir? Ich habe dich mal angerufen. Und dann habe ich mir das vorgestellt und nach einer halben Stunde, hat sie mich angerufen. Und da war ich erst mal geflasht, so, okay, komisch, es klingelt, das Telefon, komisch. Bin ich rangegangen, habe ich die anderen dann gefragt, so, jo, was willst du, warum rufst du mich an? Und dann so, weiß ich nicht, ich habe gerade den Impuls gehabt, dich anzurufen. Dann habe ich ihr erzählt, was gerade passiert ist vor einer halben Stunde. Die hat es gar nicht gepackt. Die hat gesagt, schick mir das Buch, ich will das Buch lesen, das kann ja nicht sein, so ein Blödsinn. Ich habe tatsächlich von diesem Chatverlauf einen Screenshot gemacht, weil, weil ich das einfach, weil ich mir gedacht habe, wenn ich das jemandem erzähle, der glaubt mir das nicht. Ja. Und ich glaube, und das geht jetzt eher in eine spirituelle Richtung, fast schon, ich, alles besteht aus Energie. Und ich habe mich, nachdem das passiert ist, sehr stark mit der Quantenphysik auseinandergesetzt. Und, und Elektronen bewegen sich in Wellen, die sind nie fixiert. Und ich, wenn ich mir schon allein vorstelle, dass das, das Universum gibt, dass es die Erde gibt, dass wir auf einem runden Ball sind, wo ein Feuerball letztendlich da ist, um uns herum rast ein, 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 ein Riesengestein von einem Mond um die Erde herum, für mich ist die Welt magisch. Die Welt ist einfach magisch. Und es passieren Dinge auf dieser Welt, die sind schlimm, 100 Prozent, aber es passieren auch Dinge, die sind sehr, sehr schön. und das ist mit so ein, so ein, so ein Moment in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, und das, worauf wir uns fokussieren, das passiert letztendlich. Und wenn ich mich nur auf das Positive konzentriere, und es ist genug Positives da, um sich darauf zu konzentrieren, dann wird auch das passieren. Und es gibt auch vieles Schlimmes, auch steigende Gaspreise, Krieg, etc. Aber wenn ich mich nur darauf fokussiere und meinen Kopf und meine Psyche nur damit letztendlich sättige, ich meine jetzt nicht, dass man sich von allen abkapseln soll, logischerweise, dass das nicht, aber je nachdem, wie wir unseren Kopf füttern, je nachdem bauen wir unsere eigene Realität. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema Mobbing und was mir so widerfahren ist. Ich könnte jetzt da, sitzen und sagen, mein Leben ist scheiße verlaufen und keiner mag mich und natürlich sind die Themen irgendwie noch im Unterbewusstsein mit drinnen, logisch. Wir hatten es privat noch, eh noch das Thema, wegen Geld, dass ich Angst habe vor Ablehnung und deswegen mit meinen Preisen teilweise so weit unten bin. Also das Thema ist safe noch drinnen. Aber umso positiver wir uns einfach auf Sachen fokussieren, umso positiver, glaube ich, wird einfach das Leben, ob wir wollen oder nicht. Absolut. Und vor allen Dingen, es ist ja auch so, dass, das hat dich ja auch zu dem Menschen gemacht. so, also im Umkehrschluss, auch wenn es für den einen oder anderen hart klingt, ist es ja dankbar zu sein dafür, dass du gemobbt worden bist, unter anderem. 100 Prozent, 100 Prozent. Ich meine, jetzt sind wir beim Thema Filme. Ich schaue dir einen Kinofilm an, wo der gute Hobbit den Ring einfach dahin stietelt, den in den Lava-Ball wirft und die Sache ist erledigt. Ist ja keine geile Geschichte. Ist ja nichts, woran man wachsen kann. Ist ja nichts, woraus man was lernen kann. Ich denke, Fehler machen ist auch ein Game Changer, wenn du sagst, ich mache bewusst Fehler und ich probiere das einfach mal aus. Ich mache das jetzt einfach mal. Und wenn du auf die Schnauze fällst, dann sagst du, okay, cool, ich lerne draus und mache es halt einfach ein bisschen anders oder ich merke halt, das funktioniert für mich nicht so. Fehler machen ist was Gutes und vor allem in der deutschen Gesellschaft habe ich ein bisschen das Gefühl, dass Fehler einfach eher abgestraft werden als belohnt werden, fängt ja gleich in der Schule zum Beispiel an. Ein Fehlerkultur, also Kultivierung. Ja. Weil ich habe auch, ich leide ja ein kleines Team von Marketing und da habe ich auch Leute, die machen zum Beispiel Newsletter und haben so Angst, dass sie da irgendwelche Fehler drin haben. Sie haben eine Vorlage, wie sie den Newsletter machen sollen und trauen sich nicht, den zu ändern, weil sie Angst haben, irgendwas kaputt zu machen. Und man darf ja nur in der Box denken, weil wir haben das ja schon immer irgendwie so gemacht und ja nicht mal was anderes machen. Und das finde ich zum Beispiel schade, da sind wir auch beim Thema Branding. Meiner Meinung nach sollte jeder Newsletter ein unikes Kunstwerk, wenn man so will, sein, weil das bleibt dir auch im Kopf. Stell dir mal vor, du bekommst jeden Monat einen Newsletter und der sieht jedes Mal gleich aus. Die Infos und die Inhalte, die werden dir nicht im Kopf bleiben. Wenn aber jeder Newsletter, schon allein vom Aufbau, schon allein von den Bildern, schon allein, du hast vielleicht irgendwas 3D modelliert und hast da ein kleines Bild von irgendeinem Armbad oder whatever oder ein kleines Video ist diesmal dabei oder eine PDF, whatever und jeder Newsletter ist anders, dann wird dir das im Kopf bleiben. Ja, das ist dieses Bunte, dieses Erlebnis. Richtig. Dieses Erlebnis, was du damit gibst. Also so unterausthängst. Also ich melde mich schon an, das klingt gut, habe ich so noch nie gehört. Wir machen gleich hier im Podcast auch Business. Ich melde mich an, Luca, gerne auch an den Newsletter für mich so einmal. Genau, faszinierend. Luca, lass uns aber noch, weil du hattest vorhin so, das als so Randnotiz so ein bisschen angesprochen. Du kriegst ja auch mit, gerade Podcast von Mann zu Mann. Lass uns da noch so ein bisschen mal hingehen. Du kriegst viele Kollegen, nenne ich es mal, wir haben es ja gesagt, so ein bisschen Klischee, es sind junge Männer. Geldthema ist ein Riesenthema bei Ihnen. Und du hast ja schon gesagt, du kriegst da so ein bisschen was mit. Und ja, wie würdest du dir das denn wünschen, dass es in Zukunft so ein bisschen in eine andere Richtung hingeht? Was würdest du dir für dich ganz persönlich wünschen, aber auch vielleicht für diese jungen Männer? Also die sind ja auch dahin gekommen, weil es vielleicht ein Weg ist, der für sie nicht vielleicht der passende ist, aber was sie vielleicht noch nicht so sehen. Ja. Großes, großes Thema ist, ist einfach Geld und erfolgreich sein, wie man es auch zum Beispiel auf Social Media sieht. Ich tatsächlich benutze gar kein Social Media mehr, weil umso mehr man Social Media benutzt und umso mehr man sich irgendwie mit Menschen auseinandersetzt, die zumindest jetzt bei mir so, die schon das haben, wo ich hin will. Ich finde, das ist das eine Thema, wenn man noch ganz am Boden ist und man guckt sich zum Beispiel Content an von Leuten, die schon dort sind, wo man mal hin will und du hast dich noch gar nicht auf den Weg gemacht. Dann kann das sehr inspirierend sein und motivierend sein. Aber ich finde zum Beispiel bei meiner Position ist es momentan so, ich habe mich auf den Weg gemacht, ich bin dabei, ich arbeite schon und wenn ich dann so manche Menschen sehe, die da schon das haben, wo ich gerne hinwollen würde, dann fängt es bei mir eher an, dass ich sage, dass ich selber an mir zweifle und mir denke so, warum geht es bei mir nicht schneller? Wieso bin ich noch da, wo ich bin? Und das kriege ich tatsächlich auch bei anderem so ein bisschen mit, wo man sich selber so ein bisschen einfach sehr streng mit sich selber ist. Und ich denke mir vor allem in den jungen Jahren, ich bin verheiratet tatsächlich, für die, die es nicht wussten und ich bin seit drei Monaten jetzt fulltime selbstständig. Davor habe ich es die ganze Zeit so nebenbei gemacht, neben Ausbildung und so weiter und habe gemerkt, das Thema Geld schnell kommt, schneller als ich dachte, was mich extremst geärgert hat eigentlich, weil ich habe mich immer, drei Jahre lang habe ich mich darauf vorbereitet, fulltime selbstständig zu sein. Da habe ich mir gedacht, boah, das wird furchtbar schwer, da Marketing und Branding viel Geld zu bekommen. Bullshit. Also es ist eigentlich sehr, sehr einfach. Und natürlich geht es auch mit der Zeit. Und ich habe mir gesagt, wenn ich ein gewisses Ziel erreiche vom Umsatz, dann gründe ich die Firma. Das hatte ich jetzt erreicht, das ging mir eigentlich viel zu schnell und plötzlich ging so ein Schalter um. Ich habe plötzlich nur in Geld gedacht, in Zeit gedacht, okay, wie kriege ich den schnellsten Kunden? Wie kann ich schnell die Landingpage abliefern, um gleich den nächsten Auftrag zu machen? Wie kann ich das so und so machen, damit ich dann den und den Auftrag bekomme? Und es ging plötzlich weg von dieser Passion und obwohl es gut lief, saß ich dann da und hatte einfach keinen Spaß mehr an der Arbeit. Ich hatte keinen Bock, da irgendwas zu machen. Und vor allem im kreativen Bereich ist das natürlich tödlich. Und das hat sich ja natürlich auch irgendwo in der Beziehung letztendlich reflektiert, weil wenn du die ganze Zeit nur noch arbeitest und keine Zeit mehr hast für Freunde oder deine Beziehung an sich, das ist natürlich scheiße. Und ich finde, wenn das passiert, dann bauen wir unser eigenes goldenes Hamsterrad. Und das ist ja genau das, wovon eigentlich jeder Selbstständige irgendwo weg will. Weg von diesem Hamsterrad. Absolut. Wir tragen das, das schleicht sich so ein, wir tragen das mit in unsere Beziehung. Wenn du eine heterosexuelle Beziehung hast, also Mann, Frau, da habe ich mich heute auch mit meiner Partnerin drüber unterhalten. Und das ist auch so, dass ich jetzt die letzten Monate hier extremst viel, weil es auch meine Leidenschaft und meine Passion ist, natürlich Podcast reingebracht, aber da hat sich was eingeschlichen, wo einfach dieses, ich nenne es mal berufliche, es war ja mal mit dem Hobby hier begonnen, mit einer Jux- und Dallerei-Idee, aber es hat sich so entwickelt, dass da wirklich auch meine Leidenschaft schon hinter steckt. Und dass jetzt so ein bisschen sich was eingeschlichen hat, dass das überhand genommen hat, wo ich aber heute zu ihr gesagt habe, aus meiner Sicht, du, ich möchte da gerne was verändern. Und sie sagte, oh, wow, Mensch, du bist ja wirklich ein Mann, das kriege ich so in einen Freundeskreis nicht so mit, wo die meisten, also die Frauen sind dann weg und die Männer denken sich, wieso, es war doch alles in Ordnung. Aber nee, da hat sich schon ganz viel angekündigt und Frauen sagen sehr früh, wenn irgendwas nicht stimmt. Aber jetzt ist, ich bin derjenige, der hier gesagt hat, sehr früh, ich möchte was verändern. Und du bist ja auch so ein Mann, der da so ein bisschen schon vorangeht. Und es ist anders. Ja, und ich denke, dass das der Punkt ist, sobald Männer ein bisschen mehr emotionaler sind und sich ein bisschen mehr ihre Emotionen an sich ranlassen, dann funktioniert, glaube ich, auch die Kommunikation zwischen Mann und Frau ganz gut. Aber da das auch so ein bisschen so, ah, ich bin der Mann und ich muss hier was schaffen und ich bin der harze Kerl, dass das zum Beispiel auch mit einem Problem ist, dann in der Beziehung. Ja. Ja, weil die Emotionen halt nicht rankommen. Also, also im Sinne von, weil du, also so sehe ich es bei mir, dass ich eine gewisse Zeit dann, also ich mache das schon gerne, aber dann ist es teilweise auch, dass ich den Bogen verpasse oder den Point verpasse, dass es dann einfach in die Ablenkung geht. Richtig. Genau. Also die Leidenschaft und die Passion ist das eine, aber auch zu merken so vielleicht, okay, ein Drittel ist genau diese Leidenschaft, diese Passion für Brand in deinem Falle, bei mir ist es Podcast und dann aber auch ein Drittel oder vielleicht mehr, jetzt nicht genau, diesen Drittel festlegen, um zu sagen, Beziehung ist auch wichtig und Beziehung ist so wichtig, dass ich das Berufliche nähre und nicht das Berufliche nährt meine Beziehung. Ja, ja, ja. Ich habe eben das Gefühl, ich will fast sagen, dass es teilweise dann irgendwie so ein Punkt von Gier ist. eine Gier von, ich bin jetzt dort und jetzt will ich noch mehr und ich will noch mehr und ich will noch mehr, weil du natürlich vielleicht in einem Business, wenn du da schnell was aufbaust und die Bestätigung bekommst, Dopaminausschüsse bekommst, die du vielleicht im Privatleben oder so nicht bekommst oder in einer Beziehung. Beziehungsweise du siehst, was ja eigentlich so menschlich ist, hier bekomme ich so viel Dopamin, jetzt baue ich mein Business auf, jetzt hole ich mir da mein Cash, weil mir das mehr Dopamin gibt als meine Beziehung oder irgendwas anderes. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Ja. Okay, das ist eine sehr, sehr interessante Sichtweise auch. Also wahrscheinlich für die Frau oder für die Frauen, die gerade zuhören, klingt das vielleicht in den Ohren nicht so cool, weil natürlich, da dürfen wir aber beide vielleicht jetzt auch den Bogen gerne kriegen, geben uns natürlich unsere Partnerinnen genau diesen Samen, diese Energie, eben teilt im Beruflichen dann auch, ja, unserer Leidenschaft nachzugehen. Logisch, logisch. Beziehungsweise, ich glaube auch, ein großer Punkt ist, als Kinder will eigentlich so ein Junge, dass die Mutter einen toll findet. Man sagt, Mama, guck mal, Mama, guck mal hier, guck mal da. Und irgendwann ist es nicht mehr die Mutter, sondern irgendwann ist es die Frau, die man eigentlich beeindrucken will. Man will der Ritter sein, man will der Hero sein und als Mann hast du natürlich die Perspektive, hey, ich baue hier ein Business auf, ich mache hier das, das und das. Hast einmal da den Dopaminausschuss und andererseits denkst du dir auch so, guck mal, Frau, was ich hier schaffe, ist aber vielleicht nicht genau das, was die Frau will. Das ist wieder ein anderes Thema halt. Ja, Kommunikation ist da der Schlüssel, finde ich. Richtig. Ineinander reden, also, die nimmt die Partnerin das auf oder vielleicht, wo kann sie natürlich auch Unterstützung sein. logisch. Bei mir ist es kein Geheimnis, also zum Beispiel meine Partnerin hat noch nie eine einzige Folge meines Podcastes angehört. Aber das ist auch irgendwo auf eine Art und Weise auch vielleicht ein Liebesbeweis und Liebessprache. Weißt du, sie entscheidet das frei für sich und kann trotzdem meiner Leidenschaft und Passion, diesem Podcast nachzugehen, trotzdem irgendwo verstehen, frönen auch und vielleicht ist es bei dir deine Partnerin auch, wo du sagst, die versteht aber das, was ich da tue und wie ich es tue. Richtig, richtig. Wir haben ja auch das große Ziel, sie studiert ja momentan gerade Brandmanagement, hat jetzt erst angefangen, dass wir in so drei Jahren dann auch zusammen die Agentur gründen und auch wenn ich jetzt Aufträge habe, zum Beispiel was ich hasse, ich hasse so Fließbandarbeiten, das kann ich nicht. Da bin ich da, nee, ich muss irgendwie mit meinem Hirn arbeiten, ich muss irgendwas machen, ich muss irgendwas Neues erschaffen, aber so stupide irgendwie Texte schreiben oder abschreiben, das kann ich nicht. Jetzt für einen Kunden habe ich ein Workbook gemacht, da designst du letztendlich einmal oder zweimal so eine Seite und dann kopierst du das eigentlich nur noch. Und das sind dann momentan irgendwie so 100 Seiten. Ich habe es bis Seite 30 geschafft. Ich meine Frau, weil die ist Grafikdesignerin, ganz herzlich gefragt, ob sie mich da unterstützen will. Sie hat gesagt, lad mich zum Essen ein, kaufe mir neues Parfum, dann mache ich es dir. Ja, genau. Wissen Sie, wie Sie uns. Ja, sehr gerne. Aber das ist cool, ganz lieben Gruß an Sie, auch in bekannter Weise. Nee, das ist so, das ist das Coole, da können wir uns wirklich so miteinander total auch unterstützen, auch gemeinsam vor allen Dingen auch. Und ich stelle es mir schwierig vor, weil ich versuche auch gerade mit meiner Freundin, Partnerin zusammen etwas aufzubauen und hin und wieder, ja, verstehen wir uns dann irgendwie nicht, denn dann verstehen wir die Sprachen von dem anderen irgendwie nicht, dann geraten wir so ein wenig so aneinander. Wie gelingt dir das? Also, weil ich höre ja schon raus, also, das funktioniert bei dir oder gab es, gibt es auch noch wieder, wenn du darüber reden magst, Aneckungspunkte, sage ich es mal. Definitiv gibt es da schon Aneckungspunkte dann. Zum Beispiel, sie tut während ein Studierenden, Kellnern, ja, nebenbei und hat natürlich Arbeitszeiten, die halt mit meinen sich ein bisschen kreuzen, weil sie meistens eher so spät abends dann heimkommen, so um ein Uhr. Ich habe aber am Tag so meine, meine Calls und dann muss ich halt da arbeiten und am Abend kann ich halt meistens nicht arbeiten, beziehungsweise in der Früh geht es dann eigentlich weiter. Das ist dann manchmal schon ein bisschen schwierig, aber Kommunikation ist letztendlich key und wenn man deinem Partner dann irgendwie entgegenkommt und auch wenn man mal Scheiße baut und sich einfach hinsetzt und sagt, komm, wir reden jetzt darüber, was stört dich denn, was habe ich denn falsch gemacht oder sich auch einfach untereinander einfach, manchmal gibt es auch gar keine Lösung jetzt erstmal. Die Woche ist schon voll geplant, sie muss arbeiten, man kann es einfach nicht ändern, aber was man eben machen kann, ist sich austauschen, sich drüber reden und in der Zukunft eben gucken, wie man es besser machen kann und wenn man da eben transparent einfach mit dem anderen umgeht und auch Emotionen zulässt von beiden Seiten und die dann nicht bewertet letztendlich, sondern einfach letztendlich zuhört, dann geht es eigentlich ganz gut. Ich bin sehr, sehr, sehr froh mit meiner Ehe und bin auch der Meinung, dass ich den besten Partner eigentlich so habe, den ich so haben kann, weil sie mich ja auch bei meinen Spinnereien und bei meinen verrückten Ideen, die ich so habe, auch fleißig unterstützt. Das ist cool. Das ist richtig cool. Also, wow. Respekt. Da zoll ich. Chapeau. Mein Hut, den ich nicht aufhabe, aber den ziehe ich für euch. Richtig geile Sache. Luca. Wow. Wahnsinn. Sehr, sehr gut. Luca, bist du noch da? Du, Bild ist eingefroren. Also für euch hier, ja, Luca ist eingefroren. Aber vielleicht kommt er gleich zurück. Aber das ist, das gehört alles dazu. Wir zeichnen über Zoom auf und wir schauen mal, ob er gleich wieder zurückkommt. Ja, also bis jetzt Wahnsinnsfolge. Also ihr hört schon allein, was Luca erlebt hat in seinem Leben und wie seine Leidenschaft daraus auch entstanden ist. Ich glaube, da kannst du für dich auch ganz, ganz viel schon mitnehmen. Als Learning, finde ich. Also ich nehme hier ganz, ganz viel mit. Und ja, wir hoffen ja einfach, dass er, dass Luca gleich wieder zurückkommt. Das, ja, wie gesagt, mir ist es wichtig, dass du da auch die Möglichkeit hast, das Ganze hier per Zoom zu sehen. Ich zeichne immer Zoom auf und dann kann das natürlich sein, wenn man per Telefon, wäre es natürlich einfacher, um die Audiospur aufzuzeichnen. Aber so, ja, zeichne ich das Ganze so auf und dann, wie gesagt, wenn du das hier siehst auf YouTube nachher, dann ist einmal Luca kurz weg, aber da müsst ihr gleich zurückkommen und dann schauen wir mal, wo wir stehen geblieben sind. Jetzt rutschen meine Kopfhörer. Genau. So, schauen wir mal. Ja. Also bis dato wirklich schon, finde ich, richtig coole Sache. Und wir, Luca und ich, hatten gar nicht so im Vorfeld jetzt, dass wir gesagt haben, wo wollen wir ganz genau drüber sprechen, aber ihm war es auf jeden Fall wichtig, über seine Leidenschaft, seine Passion zu sprechen. Ja, wo das Ganze auch so ein bisschen herkommt. Ich denke, das ist hier auch schon gut hörbar gewesen, abgebildet, wollte ich sagen. Genau. Also, wir hätten aber eh nicht mehr lange, sag ich mal, von der Aufzeichnung gehabt. Also ich hätte jetzt oder so schon langsam rausgesanft rausgeleitet, aber wir warten trotzdem, wissen, ob Luca zurückkommt. Also von daher, aber du siehst jetzt auch und okay, hörst du es jetzt nur, ja, ich sitze wieder mal in meinem Wohnzimmer. Genau. Luca ist noch nicht zurück. Ja, also, Luca hat es geschafft, auf jeden Fall. Ich hatte ihn danach, ja, gefragt. Luca, wie hast du denn das Ganze geschafft, die Lebensgeschichte, die du da erlebt hast, mit Mobbing oder anderem. Was hat dir geholfen? Er hat gesagt, auf jeden Fall, ja, ein, ein, ein Vorbild, der Bücher geschrieben hat, das hat er sich durchgelesen und aber auch der Sport hat ihm weitergeholfen. Ja, also das sind so die Sachen, die ihm da weitergeholfen haben und, ja, die Gespräche mit seiner Mutter, zumindest habe ich das so rausgehört und sein Hund, er hat sich auch den Namen auf den Unterarm tätowieren lassen, das hatte er vorhin am Anfang hier ins Bild gezeigt. Wie gesagt, ich warte noch, ich schaue jetzt einfach mal, ihr seid quasi mit dabei, aufs Handy, ob er irgendwo jetzt über Messenger-Dienst geschrieben hat, wollen wir natürlich gerne auch Luca zurückholen wollen und da auch einen schönen Abschluss haben wollen. von daher, ja, also, dementsprechend aktuell noch nichts. Ah, ja. Also, Luca hat gerade geschrieben, ah, ganz interessant, sein WLAN hat, ja, irgendwie abgeschossen, also, wo seine Sprache, ich schaue, dass es wieder geht, wir warten, das ist ja kein Thema, das gehört zum Podcast dazu und so ein Gespräch finde ich dementsprechend auch, ja, cool zu Ende bringen. Luca ist auch, finde ich, ein sehr angenehmer Gesprächspartner, ja, macht es mir auch einfach und leicht, ich habe ihn wirklich kennengelernt, wie gesagt, wie ich gesagt habe, zurückgebeamt, wirklich totales Déjà-vu, so war wirklich so dieses Gespräch, ich habe ihn gefragt, oh, und wir sind ins Gespräch gekommen, so wie er dir als Zuhörer da auch die, die seine Lebensgeschichte erzählt, so auch und da dachte ich, okay, wow, Hut ab und dann, dass du so einen, ja, Bezug zum Leben hast, leben willst, vorangehen willst, Wahnsinn. genau und wie gesagt, und Luca springt da so drüber, was ich total gut finde, dass er da so, ja, hinzu ist, die Leben zugewandt ist und sagt, okay, das ist mir widerfahren, ich habe das aber genommen, um zu sagen, hier, ja, schaue ich einfach, wie das Ganze für mich auch anders gehen kann, und das finde ich so faszinierend. Ja, also, wir warten, wir warten und wir lassen das alles so drin. Finde ich total gut und dann ist die Folge schon relativ lang geworden für dich als Zuhörer, aber du bist ja treuer Zuhörer und Fan und da nimmst du ja alles mit. Ich hatte zwar mal eine Umfrage gemacht da haben jetzt nicht alle mitgemacht und daher ist es nicht ganz so ein, ja, weiß ich nicht ganz genau, aber im Groben, was ich sagen möchte, ist, dass die meisten so gesagt haben, okay, sie wünschen sich doch maximal, also was schon sehr, sehr viel ist, 45 Minuten, ich versuche das immer irgendwie ein Stück weit, versuche natürlich auch mit meinem Gast hier, ja, ein bisschen in die Tiefe zu gehen und ein bisschen was abzudeckeln, ja, ich hoffe, das gelingt mir ganz gut. Ansonsten schreib mir das so gerne einfach in die Kommentare. Ich meine, du hörst dir gerade diese Folge an mit Luca Meisner. So, du hast dir vielleicht was mitgenommen, vielleicht auch nicht, vielleicht hast du Kritik oder sonstiges, vielleicht willst du mir auch eine Sprachnachricht, ja, schicken, zukommen lassen, dann ist in dieser Folgenbeschreibung, hier drunter quasi, auch auf YouTube, einen Link, wo du den anklicken kannst und dann kannst du direkt deine Frage einsprechen, wenn du nicht magst, das einzutippen, in meiner Website von mann-zumann.de auf Kontakt, da hast du sogar die Möglichkeit, Feedback zu jeder einzelnen Folge zu geben, kannst du anklicken und kannst dann was dazu schreiben. Das überlasse ich dir, wie du und was du machst und ja, also, wenn Luca ansonsten jetzt das mit dem WLAN nicht ganz hinbekommt, dann würde ich sagen, vielleicht holen wir ihn dann, ihr seid jetzt mit live dabei, ich spreche das mal jetzt mit ein. Hi Luca, ja, die Podcastaufnahme läuft noch und ich bin hier, wenn du das geschafft hast, gerne reinkommen, sag gerne noch Bescheid, ansonsten, ich unterhalte hier gerade, ja, die Community, die Podcast-Hörer, ansonsten, komm gerne noch dazu, ansonsten, dann würde ich es sonst ranschneiden, vielleicht treffen wir uns morgen, vielleicht hast du da noch einen kleinen Slot, dann bringen wir das noch vernünftig hier zum Abschluss. Ja, also, ich schicke dir das erst einmal zu. So, ich habe jetzt Luca eine Sprachnachricht geschickt, wir schauen jetzt einfach, wenn natürlich sein Handy auch, ansonsten mobile Daten, dann kann er das so abrufen. ja, er war eingefroren und schauen wir. Genau, aber ich bin da zuversichtlich, dass Luca das, dass Luca nochmal zurückkommt. Ja, ansonsten haben wir ja schon schöne Zeit hier miteinander verbracht. Ah, genau, Luca, ich sehe gerade, Luca hört jetzt gerade die Sprachnachricht ab und ja, also, freue dich auch auf die nächsten kommenden Folgen mit meinen Gästen, da werden noch ganz, ganz viele Gäste kommen, unter anderem, wie auch gesagt, nun wieder nehme ich auch mal eine Frau mit rein. Das wird jetzt wieder die nächsten Folgen, bis zum mal wieder eine Frau hören. Freue dich einfach darauf, auf die Folge, wie gesagt, schreib gerne Kommentare, wie du die Folge gefunden hast, hast du Anregungen, hast du Hinweise, hast du nochmal eine Nachfrage, weil hin und wieder habe ich das schon mitbekommen, da habe ich dann schon versucht, mit den Gästen die Nachfragen aufzuarbeiten, aber nicht jeder Gast möchte da nicht unbedingt das oder Nachgang, was ich zumindest aus meiner persönlichen Sicht gut nachvollziehen kann. Ihr habt Glück, Luca kommt wieder zurück. Luca kommt, Luca hat es hingekriegt, da ist Luca zurück. So, da bin ich wieder. Mein Wähler hat kurz gesagt, nö, kein Bock mehr. Luca, ich habe hier performt, ich habe unterhalten, ich habe hier reingequatscht und ich habe gesagt, Luca kommt gleich wieder zurück. Also das lasst ihr auch alles so drin, wenn du damit einverstanden bist. Sehr geil. Gerne, gerne. Ich bin gespannt. Ja, sei das gerne auch. Ich habe aber schon gesagt, du warst ja schon so gut wie fast fertig, wenn ihr jetzt noch irgendwo was anknüpfen möchtet, ansonsten hatte ich schon gesagt, so ein bisschen rausleiten, ich finde unsere Folge ist schon, also da kann man sich schon sehr, sehr viel, finde ich, mitnehmen auch. Hast du sonst Angehörig? Doch, also ich persönlich, ich habe schon gesagt hier, die Zuschauer können gerne zu unserer Folge, zu deiner Folge, Kommentare hinterlassen, Hinweise, aber auch, wenn sie mal eine Nachfrage haben, wenn sie noch ein bisschen mehr vielleicht den Nachgang haben, weil nicht jeder Gast ist dafür bereit, für eine Nachfrage, aber vielleicht erklärst du dich dafür bereit, wenn irgendwas ist. super gerne. Also YouTube, sei es irgendwo, gerne Kommentare schreiben, ich schaue mir alles an und kommentiere alles. Also wenn ihr auch irgendwie Fragen habt zum Thema Branding oder was auch immer, was man so Fragen haben kann, ich habe ja keine Ahnung, dann gebe ich da gerne meinen Senf dazu. Sehr geil, danke. Und wir packen ja auch eine Verlinkung in die Folgen beschreiben, in die Show Notes mit rein von dir. Das wäre ganz cool. Super. Genau. Weißt du sonst noch, weil ich habe jetzt gerade so ein bisschen den roten Faden verloren, wo du stehen geblieben bist? Also das Bild war so eingefroren, sah gut aus von dir, aber hast du noch was, was dir wichtig ist, was du noch gerne mitteilen wollen würdest? Also als Eindmessage würde ich einfach sagen, lebt euren Traum, habt Spaß im Leben und lasst euch von so Thema Geld und wenn es auch mal scheiße im Leben läuft, lasst euch davon ja einfach nicht unterkriegen. Letztendlich ist alles ein Marathon und kein Einmalgewinn und fertig ist, weil ich denke, das Schönste, ich weiß nicht, ob du, kennst du das Lied Peter Fox, Haus am See? Ja, kenne ich, ja. Das ist, wäre die Nummer vier. Das wäre die Nummer vier. Das habe ich damals wirklich, das war die erste CD, die ich mir gekauft habe und die habe ich damals wirklich, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre lang in Dauerschleife gehört. Ich war damals, ich wusste nicht, dass es Spotify gibt, ich habe keine Ahnung, ich dachte, der Radio, die Musik, die da drin läuft, ich dachte, die machen diese Musik. Ich war so ein Dorfkind, ich habe keine Ahnung von irgendwas gehabt und dieses Lied vor allem Haus am See habe ich in Dauerschleife gehört und habe mir gedacht, genau dieses Leben will ich. Ich will irgendwann alt sein, mein Haus am See haben, meine Freunde, meine Bekannte, alle einladen und das Leben letztendlich beenden mit den Gedanken, ey, ich habe was hinterlassen und ich kann stolz auf sein, was ich so erlebt habe. Geil. Geil. So habe ich dich kennengelernt, Luca. Ich habe so gesagt, was für ein geiler Mensch. Also wirklich. Danke dir. Und ich danke dir wirklich für deine Zeit auch und dass du hier wirklich nochmal alles wirklich versucht hast, hier das WLAN hinzubekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine auch wirklich kostbare Zeit, weil du hast ja extrem gerade so, so viel zu tun und dass ich gesagt habe, komm, ich komme trotzdem in deinem Podcast, da muss ich danke dir sagen. Ach was. Schon eine Ehre. Ach was. Ich danke dir. Luca, also, ihr habt ihn kennengelernt. Also, ganz ehrlich, habe ich zu viel gesagt, was für ein geiler Mensch. Allein mit dieser Lebensgeschichte, aber schon so Feuer und Flamme und da hört man so viel Leidenschaft wirklich raus für, für, ja, für deine Passion, für dieses Brand und überhaupt Wahnsinn. Also, ganz, ganz ehrlich, guten Abend, lieber Luca. Ich danke dir. Und auf jeden Fall sage ich, danke dir, lieber Zuhörer, dass du dir diese Folge mit Luca angehört hast, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du auch mit mir jetzt gewartet hast, bis Luca wieder zurückgekommen ist zu uns sozusagen. Da ganz, ganz herzlichen Dank und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Luca. Bis zum nächsten Mal. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns und hören uns. Wir leiten beide sanft raus und lächeln jetzt bei meinem Outro ganz nett die ganze Zeit in die Kamera, bis es vorbei ist. Was hältst du davon, Luca? Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank nochmal, lieber Luca. Das war von Mann zu Mann der Podcast für deine Männlichkeit von Tino und mit meinen Gästen. Jeden Freitag eine neue Folge auf dem Streaming-Portal deiner Wahl. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge und ich würde mich darüber freuen, wenn du mich unterstützt, wenn du likest, kommentierst, ein Abo dalässt und ganz herzlichen Dank, dein Tino. Ciao. Ciao. Ciao.